Ich freue mich heute hier bei Ihnen zu sein und habe Ihnen etwas mitgebracht zum Thema Zeitmanagement mit Pausen effektiv lernen. Und ich dachte, ich starte mal mit dem, womit ich sonst ende, nämlich damit, dass eine effektive Prüfungsvorbereitung aus Lernen und Pausen besteht. Und Sie gucken mich jetzt so an, wie ich es gewöhnlich kenne, dass mich die Studierenden auch am Ende eines Vortrags anschauen, nämlich, dass ganz klar ist, klar, Lernen ist Teil von Prüfungsvorbereitung, aber warum sollen Pausen eben auch davon ein ganz essentieller Bestandteil sein? Und ich hoffe, dass ich Ihnen heute in unserem kleinen Zeitfenster hier eine erste Idee davon liefern kann, dass Lernen und Pausen nahezu gleichberechtigt stehen bei der Frage der guten Prüfungsvorbereitung. Wenn ich Sie jetzt nämlich fragen würde, wie Sie Ihre eigene Leistungsfähigkeit, Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit, Konzentration über eine Lernphase hinweg einschätzen, dann würden Sie mir vermutlich, in der Psychologie haben wir es ja ganz viel mit der Statistik, da wissen wir, im Ende mittelt es sich irgendwie immer, etwas derartiges berichten, dass Sie sagen, ich brauche ein bisschen, um reinzukommen und dann kann ich mich aber ganz gut strukturieren, kann ich ganz gut mich weiter konzentrieren. Meine X-Achse geht jetzt über eine Stunde und vielleicht haben wir auch den einen oder anderen, die ein oder andere dabei, die sagen würde, ich kann mich aber auch gut über drei, vier, fünf, sechs oder notfalls auch den ganzen Tag konzentrieren und wenn es sein muss und ich das so befolge, wie meine Professoren und Professorinnen mir das möglicherweise auch sagen, kann ich auch notfalls elf Stunden am Tag legen. Ich glaube, das ist eine Wunschvorstellung, die ich, wenn ich Ihr Curriculum vielleicht hinzuziehe, die Fülle der Klausuren, die Enge, in der Sie getaktet sind, total gut nachvollziehen kann. Ich muss Sie aber enttäuschen, denn so sieht es definitiv nicht aus. Ich habe Ihnen einmal mitgebracht, wie so eine Leistungskurve gemittelt in der Realität aussieht. Und zwar ist es so, dass wir alle ganz gut mit einer Konzentration anfangen, rein experimentell ist es so, dass dieses subjektive Gefühl von ich brauche ein bisschen reinzukommen, sich gar nicht unbedingt abbilden lässt, sondern wir haben ein gutes Reinkommen und dann einen doch erschreckend schnellen Abfall der Konzentration. Ich hoffe, dass Sie das auch hier so mit dem Winkel gut sehen können, dass Sie also sehen, wir haben nach wenigen 15 bis 20 Minuten einen ersten Abfall und nach 45 Minuten einen so starken Abfall, dass alles, was nicht Pause machen ist, eigentlich nur noch als auf dem Hintern sitzen und das schlechte Gewissen beruhigen deklariert werden kann, sodass sich das, finde ich, sehr ineffektiv anhört, sodass eine Pause doch wirklich da die bessere Idee wäre. Sodass runtergebrochen sich im Kontext der Lernepsychologie eine Rhythmik etabliert hat, die empfiehlt, alle 45 Minuten eine Pause zu machen. Nach 45 Minuten eine erste kurze Pause, dann die nächste Lerneinheit eine etwas längere Pause und so geht es dann weiter bis zur ersten längeren Mittagspause und dann sehen Sie, darf man noch einmal zurück auf Anfang. So, dass wir einen ganz klar gegliederten Lerntag haben, der von vielen kleinen Pausen durchzogen ist. Und jetzt denken Sie vielleicht, da komme ich doch überhaupt nicht mehr zum Lernen, da bleibt doch überhaupt nichts mehr übrig. Ich kann Sie beruhigen, ich erzähle dieses 45 Minuten Modell schon etwas länger und ich habe tatsächlich noch keinen Studierenden erlebt, der nach diesem Modell begonnen hat zu lernen und wirklich schlechter geworden ist. Denn in diesen Pausen steckt da ein bisschen etwas Magisches drin. Es ist nämlich nicht so, dass Ihr Gehirn in dieser Zeit nichts tut, sondern das, was Sie in einem Lernfenster vorher gelesen, sich angeeignet haben, das soll ja im Gedächtnis bleiben. Und Gedächtnisbildung funktioniert ja über die Bildung von synaptischen Verknüpfungen, da werden elektrische Impulse durchgejagt, um das mal so ein bisschen vereinfacht darzustellen. Und Ihr Gehirn nutzt Pausen, um diese geschaffenen Verbindungen zu festigen, sodass Sie Ihrem Gehirn letztlich dabei helfen und sich dabei helfen, effizient zu lernen und dann nach hinten heraus eben auch weniger Wiederholungen zu brauchen, weil die Lerninhalte besser abgespeichert wurden. Sie können also in diesen Pausen so ziemlich alles tun, was irgendwie Ihnen gut tut. Sie sollten idealerweise nicht aufs Handy schauen oder am Handy rumdaddeln, sondern aufstehen, sich bewegen. Hier in der UB bietet es sich immer total gut an, einmal die Treppen runter, die Treppen wieder rauf oder in diesen etwas größeren Pausen einmal ums Gebäude zu laufen, wieder hoch sich hinzusetzen und Sie werden merken, dass Sie ganz anders der Aufmerksamkeit sind, um dann weiter in die Lernphase steigen zu können. Und wenn wir das jetzt fortführen, dann würde ich postulieren wollen, dass es neben der Regel alle 45 Minuten eine Pause macht, noch ein paar ergänzende Maximen effektiven Lernens gibt, nämlich, wenn Sie dieses Schaubild sich vor Augen führen, Sie sahen hier den oberen Pfeil, Sie dürfen noch einmal zurück, sodass wir dann in der Summe sagen, nicht länger als sechs Stunden reine Lernzeit. Wenn Sie da die Pausen zunehmen, dann sind Sie schon den ganzen Tag gut beschäftigt, keine Sorge, aber alles darüber hinaus, auch unmittelbar vor Prüfungen, ist wirklich nicht empfehlenswert. Sechs Stunden mag für den einen oder anderen auch schon viel klingen. Ein effizienter Lerntag kann unter Umständen auch auf zwei oder drei Stunden bestehen und dann auch sicherlich noch einmal in Abhängigkeit davon, wo innerhalb einer Lernphase man sich befindet. Das zweite Wichtige ist, nicht nach 22 Uhr zu lernen. Menschen unterscheiden sich, wir haben alle eine unterschiedliche Biorhythmik und es gibt auch Menschen, die man eher als Eulen bezeichnet. Viel mehr Studierende sagen aber von sich selber, dass sie Eulen sind, als wir es rein von der Statistik her erwarten würden. Und ich glaube, der Hintergrund ist oftmals viel mehr, dass am Ende des Tages die Außenreize weniger werden. Es wird vielleicht in der OB, Entschuldigung, da schlafen Sie ja nicht, in der WG ruhiger. Dann kann man sich eher konzentrieren. Oder aber auch so etwas wie, ich hatte mir das für heute vorgenommen und wenn ich mich jetzt nicht ransetze, dann habe ich quasi schon wieder einen Misserfolgstag. Und das sind die Punkte, die motivieren. Und bei aller Individualität ist das, was wir auch brauchen, um gut lernen, gut merken und behalten zu können, nach Mitternacht nicht mehr effizient. Da tun Sie sich das Beste, wenn Sie einen regenerativen Schlaf haben. Und um das mit den Pausen noch etwas weiter zu führen, braucht Sie, braucht Ihr Gehirn, speziell auch in der Lernphase, immer einen Tag Pause. Mindestens einen freien Tag die Woche. Den Sie sich routinemäßig einplanen sollten, wo man sich so ein bisschen an die Gesellschaft andocken kann und an den Sonntag nehmen kann oder auch jeden anderen Tag, der für Sie individuell besser passt. Das Wichtige ist nur, einen Tag frei sich zu gönnen. Und wenn man das ähnlich betrachtet wie diese 45-Minuten-Regel, dann wird es auch da so sein, dass Sie merken, dass Ihnen das gut tut. Und dass Sie nach so einem freien Tag wieder frischer, auch in das Lernen hinein starten. So dass man das als vielleicht Maximen proklamieren kann, von denen ich aber weiß, dass das ganz schön schwierig auch umzusetzen ist. Dass also diese Idee von vielen kleinen Pausen über den Lerntag und eben einem freien Tag in der Woche für Sie dann vielleicht ganz schön schwierig auch umzusetzen ist. Ich hatte schon gesagt, neurobiologisch gesehen ist es unglaublich sinnvoll. Aber auch lerntheoretisch beziehungsweise motivational gesehen sind pausensinnig. Denn es fühlt sich ganz anders an, wenn Sie sagen, ich setze mich jetzt für 45 Minuten hin und dann gehe ich kurz raus in die Sonne, hole ich mir einen leckeren Kaffee, hole ich mir einen Apfel, mache ich ein paar Dehnübungen, gehe ich kurz auf die Yogamatte, räume ich die Spülmaschine aus. Als wenn Sie sagen, und jetzt setze ich mich hin und ich lerne von jetzt bis heute Abend und diesem Tag passiert nichts anderes. Das heißt, manchmal ist es ja auch gar nicht so leicht, sich zum Lernen zu motivieren, und mit der Aussicht auf viele schöne kleine Dinge im Lerntag fällt dann vielleicht auch die Motivation bereits leichter. Und etwas, was bei beidem, den vielen kleinen Pausen, aber auch dem freien Tag oft mit reinschwingt, ist ein schlechtes Gewissen. Ich sollte doch eigentlich, ich bin doch schon meinem Lernplan hinterher. Und da hilft es in der Regel, es zu machen, sich den Mut aufzubringen, es einfach mal auszuprobieren. Dann werden Sie schon merken, dass Sie davon profitieren, dass Ihnen das gut tut. Und dann ist es so, dass wir immer mehr von dem wollen, was uns gut tut. Und dann kann es sich ein Stückchen verselbstständigen. Und planen. Also wenn Sie wissen, es fällt mir schwer, dann auch nach sechs Stunden wirklich zu sagen, ich höre jetzt auf, entsprechend sich vorzunehmen, was kann ich denn am Abend Schönes tun. Oder auch für den freien Tag, sich zu verabreden, irgendetwas zu machen, was Ihnen dabei hilft, nicht zu denken und ich müsste aber doch eigentlich und ich sollte aber doch eigentlich. Sodass das in erster Linie die Dinge sind, die ich Ihnen als, warum sind Pausen so effizient zum Lernen mitgeben möchte. Und manchmal fällt es aber schwer, diese Dinge im Selbstmanagement dann auch umzusetzen. Ich habe Ihnen hier ein paar Anlaufstellen hier für uns, für die JLU verlinkt, zu denen ich Ihnen auch Flyer mitgebracht habe. Wenn Sie also denken, ich bin irgendwie gestresst und vielleicht könnte ich das mal versuchen, aber so richtig kann ich gar nicht fassen, wie gestresst ich bin, dann haben wir ein Stress-Self-Assessment entwickelt, wo Sie sich einmal durchklicken können und dann am Ende unmittelbar eine Rückmeldung bekommen, anhand einer Ampel, wie Ihr Stresslevel einzuschätzen ist und welche Unterstützungsangebote, wie Ihnen auch entsprechend empfehlen könnten. Das war jetzt heute Ihr Zeitmanagement im Turbodurchgang. Wir haben unterschiedliche Online-Module konzipiert, zu denen Sie auch einen Flyer finden und da gibt es auch noch mal ein ganz ausführliches Online-Modul zu Zeitmanagement, was noch mal Sie mehr da abholt, wo es auch vielleicht einfach Schwierigkeiten geben kann. Wir bieten eine Peer-to-Peer-Beratung an, wo man mit Masterstudierenden der Psychologie in einigen Einzelsitzungen ganz konkret an einem Thema arbeiten kann. Die Themen wechseln immer mal so ein bisschen. Aktuell bieten wir da eine Beratung zur Prüfungsangst an und manchmal sind Prüfungsangst und Zeitmanagement auch relativ nah beieinander und auch gar nicht so gut zu unterscheiden. Und finally, auch unsere psychologische Beratungsstelle, wenn also die Dinge so richtig schwerfallen, einerseits vielleicht sich überhaupt zum Lernen zu motivieren oder auch zu merken, ich kann einfach nicht weniger lernen, ich kann das mit den Pausen nicht, mein schlechtes Gewissen treibt mich so sehr an, dann können eben vielleicht auch Einzelberatungen in der psychologischen Beratungsbestelle da hilfreich sein. Unter dem Shortcut slash PBS finden Sie alle Angebote verlinkt und ich habe Ihnen auch meinen Namen dazu geschrieben. Das heißt, wenn sich da irgendwelche Fragen ergeben, jetzt im Nachgang, vielleicht nicht hier so in diesem öffentlichen Raum, können Sie mir dazu gerne auch noch einmal eine E-Mail schreiben. Und das wäre das, was ich Ihnen mitgebracht habe und ich möchte mit dem enden, womit ich auch gestartet bin, denn wiederholen ist auch eine sehr effiziente Lernmethode. Merken Sie sich für die Prüfungsvorbereitung gehörenden Lernen und Pausen untrennbar miteinander zusammen und ich wünsche Ihnen, dass Sie von jetzt an, wenn Sie weiter in Ihren Lerntag, in Ihre Lernphase starten, einfach alle 45 Minuten eine Pause machen und etwas Gutes für sich tun. Auf jegliche Form kognitiver Arbeit Also, ich glaube, das ist universell, weil wir unterscheiden uns da in unseren Gehirnen alle doch sehr, sehr wenig. Vielleicht ist manchmal die Tageszeit, 22 Uhr, dann temperaturmäßig gesehen attraktiver, aber die Pausen sollten dabei das Gleiche bleiben. Wenn Sie in die Vorlosungen nicht nur zum sozialen Miteinander gehen, sondern da auch etwas mitnehmen wollen, dann ist es ja auch ein kognitiver Tag, ein Arbeiten und Ihr Gehirn ist gefordert. Und ein freier Tag ist etwas, wo Ihr Gehirn nicht mit zumindest Lerninhalten gefordert wird. Wir wissen, dass Pausen, die auch kognitiv fordern, aber ganz andersartig sind, Musizieren zum Beispiel, auch sehr, sehr erholsam sind, aber es sollte im engeren Sinne nichts Akademisches an der Stelle sein. Alle 25 Minuten eine Pause machen. Die Zeitfenster noch kleiner. Also immer, wenn es Konzentrationsschwierigkeiten gibt, aus welchem Grund heraus auch immer, dann sagen wir eigentlich, 20 bis 25 Minuten ist die Grenze. Also da nochmal kleiner zu machen. 45 Minuten lässt sich erstmal als Einstieg leichter verkaufen. Daher wählen wir die 45, aber die Pomodoro-Technik setzt genau an der Stelle, die wir auch in der Grafik gesehen haben, bereits an. Also es ist kein Schaden, vorher die Pause zu machen. Ich glaube, Sie können sich da trainieren. Also wenn man sich an diese Rhythmik gewöhnt, dann wird es in der Regel leichter. Und was viele Studierende auch als Hilfreichs berichten, ist am Ende einer Lernphase sich ganz bewusst zu machen, wo steige ich denn nach der Pause, nach dem Wäscheaufhängen wieder ein. Sich das anzumakern, sich einen Stift dahin zu legen, sich ein kurzes Post-it zu schreiben. Und dann hat man einen Einstieg wieder und dann geht das eigentlich ganz gut. Da gibt es unterschiedliche Befunde zu, sodass ich am Ende sagen würde, das muss jeder für sich selber herausfinden. Also es gibt eine heterogene Befundlage dazu, da muss jeder für sich selber gucken.